Hallo YouTube! Freunde, es ist wieder euer Tersti. Ich grüße euch. Herzlich willkommen. Freunde, neues YouTube-Video. Wir sind Camouflager mit Dallucard zusammen im Team. Okay, war absolut geil. Ich wünsche euch sehr viel Spaß bei der YouTube-Runde. Vorher geht es aber noch einmal kurz darum, Freunde. Sehr viele von euch haben den Channel noch nicht abonniert. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal kostenlos abonnieren würdet und einen Like dalassen würdet, eventuell einen Kommentar schreibt. Okay, das wäre super und da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Let's go! Und wenn du Bock hast, kommst du nochmal wieder. Oder die Tage dann wieder, ja? Mach's gut. Die Mods einfach so geil. Immer gesagt, ne? So, ach du Scheiße, ne? Schon wieder Imposter und zwar mit Dallucard. Ach Mensch. Das ist ja der absolute Wahnsinn, Freunde. Wir sind Camouflager, ne? Heute, ihr werdet's nicht glauben. Wir haben einen Camouflager. Cool-Down-Camouflage und Lights auf Cool-Down. Nee, jetzt nicht Juli. Juli wurde gerade verloren, ne? Juli und Dallu. Was? Also, wir haben einen Camouflager. Man kann's echt nicht glauben. Excuse me. Ja, 2022. Excuse me. Also, der Kill ist gefallen und der... Ich weiß, es ist mein Signature-Move, aber ich bin's nicht. Der ist nach unten rechts gelaufen, äh, zu Storage. Und ich weiß nicht, ob der während des Licht aus wiedergekommen ist, aber da kam eine zweite Person, ist mit mir um die Leiche getanzt und dann kam Terz und Flesz wieder. Ja, ich bin... Hab ihr einen Report-Button gekriegt und war verwirrt. Ja, ich bin runtergelaufen, hatte den Report-Button und bin dann wieder hochgelaufen. Ich bin auch wieder hochgelaufen, ja. Auch gesehen den Report-Button und dann bin ich wieder hochgelaufen. Hab gewartet, dass die Kamera aufläuft. Dann hab ich euch gesehen. Nee. Mach ich das? Ja! Tu es, tu es. Mach es. Auf mich! Das Problem bei den Gesser-Mode ist, dass es halt zwei Impostor-Rollen gibt. Vielleicht war es ein Warlock oder irgendwie sowas. Das Ding ist halt... Ja, nee, ich glaub nicht. Ja. Mach mal... Ich mach Kamouflage auf Jeff, oder? Nee, 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 nicht auf Jeff. Nicht auf Jeff. Mach auf Dalu. Okay, Flesz ist Lawyer. Nein! Auf Dalu! Nein, auf Jeff, auf Jeff! Auf Dalu, Kammer auf Dalu! Kamouflage auf Dalu, vertrau mir! Kamouflage auf Dalu, okay. Aber... Hättest du mal auf Jeff gemacht, dann hättest du nicht. Aber ich... Ich find's immer ein bisschen sass, wenn Flesz alle versucht zu motivieren, zu gessen. Er kann ja auch selber... Aber wenn ich selber mich vergesse, dann sterbe ich ja. Ja, warten wir, Chris. Wenn er wirklich böse ist oder mit dem Bösen ist, dann sagt er es mir, weil er weiß nicht, schießt. Items nicht schießen jetzt. Moment. Das ist eine Aufforderung? Ich hätte jetzt Items noch gegessen. Auf der Items Handwerk. Items gästen. Dalu, aber das fand ich nicht in Ordnung, dass du das gesagt hast. Aber die Leute haben es eh nicht gehört, deswegen war das gut. Okay. Ja. Items, du musst jetzt echt gut auf die aufpassen. Eigentlich hat Jeff es ja gecallt, ne? Also Jeff hat ja eigentlich... Ich hab's nur wiederholt. Jeff hat gecallt, dass ich Trapper bin? Nein, Jeff hatte eigentlich... Ah. Eigentlich der Meinung, dass ich auch gesehen hätte, wer es war, aber... Oh. Ich wurde Discord-Freund, da fällt's keinem auf. Oh, danke. Ich wollte Onkelchen, der kriegt bestimmt die wenigsten Votes. Genau. Keiner würde Onkelchen. Der kriegt bestimmt die wenigsten Votes. Toni, keine Votes kriegen. Ach, Mensch, das ja... Ich hab grad nichts zu trinken hier, Leonie. Es tut mir sehr leid. Hm. Schlangenmist. Auf mich zu setzen, ist prinzipiell immer eine dumme Idee. So, Maleros hat uns gesehen. Das heißt, wir steppen einmal Richtung... Jetzt hat's uns Onkelchen gesehen. Scheiße. Smegi-Sterben ist schlecht für die Lebenserwartung. Ich wollte eigentlich das Licht fixen. Ähm... Au. Ja, ich hab voller, ich hab voller, ich hab voller Panik, äh... Aber es gibt nur einen Toten, ne? Dann musst du das gewesen sein. Ne, äh, wenn's einen Trapper gibt, dann kann er mich, äh, sehr wahrscheinlich rausnehmen. Äh, weil ich bin grad den Trap gelaufen. So, sehr unangenehm. Geht nur um den Report. Achso. Ja. Ja. Das, äh, war doof von mir. Aber ich hab auch niemanden irgendeinen Weg gelaufen gesehen. Es ist noch jemand grade in Lake Trigger reingekommen, aber... Hm, also Jeff steht auf jeden Fall an Lifeline. Ja, okay. Katze war an Lifeline. Wo liegt denn die Trap? Der Trap liegt genau beim Eingang, wenn man zu Lake Trigger oben reinkommt. Und Smegi auch? Äh, Smegi liegt vor dem Fix. Hm. Also könnte er Trapper sein. Wer war eigentlich grade noch... Das wäre natürlich unglücklich. O2 sind Faru und ich. Und dann ist, sind wir alle kamouflaget worden. Aber es ist nichts passiert in O2. Ja, wenn da nichts passiert ist, dann wird der Kamouflager sicher nicht dabei gewesen sein. Das stimmt. Genau, dann sind Faru und ich nicht. Ja, aber der hat doch Kamu auf Dalu gemacht, der kann nicht Kamu sein. Hast du mitbekommen, Jeff? Auf mich wurde Kamu gemacht, auf die noch nicht. Warum kann ich jetzt derzeit nicht vertrauen auf einmal? Eiter haben sie den Move einmal gebracht, jetzt sind alle voll so... Ja, was? Alle voll gemamaged. Geschädigt. Nachhaltig geschädigt. Was, man lügt bei Among Us? Ich habe in Among Us noch nie gelosen. Ja, aber das war immer die Wahrheit. Nein, nein. Ich mache gleich, wenn die nächste Runde läuft, 12 Sekunden nach Rundenstatt mache ich Kamu an. Also nachdem es geht. 12 Sekunden danach? Ja, ja, ja. Kurz, Uhrenvergleich? Warte, hast du eine Opa-Uhr oder eine normale? Ich habe nur so geschätzte Uhrzeit. Ah, geschätzte Uhrzeit, das ist eigentlich... Die habe ich gelernt, die hat mir Tim damals beigebracht, um Termine einzuhalten. Ja gut, lass uns doch mal kurz den Trapper durchgehen. Onkelchen, welcher Roller hast du? Guck mal, Julie. Das stimmt. Wey. Der steht nämlich da in der Falle. Gefährlich, Vlesk. Ich glaube, nach 12 Sekunden können wir gar nicht... Besser, wenn ich nicht vote. Ich glaube, wir haben länger Cooldown. Das funktioniert ja gar nicht, ne? Danke, Dark Unicorn. So, wir machen einmal hier so ein bisschen Fake Action. Das ist wahrscheinlich der Alokrat gewesen. Das ist nicht so nice. Ich kann meinen Toastboot rausnehmen. Ich habe das Licht gefixt, ich bin Inno. Wieso qualifiziert dich das Licht fixen als Inno? Na, als Böser will ich ja eher die Dunkelheit nutzen. Ich habe es super schnell gefixt. Ja, aber das ist ja... Also, das sehe ich nicht so. Also, Julie ist Proof. Die Dunkelheit. 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 Das prüft dich, ja. Das ist richtig. So, jetzt gucke ich nach Urteilen gegen Elektriker. Faru prüft mich eh wegen O2. Ja. Und der Kinn liegt in O2. In O2? Moment, das ist aber nicht so weit weg, wie du gesagt hast. Hä? Warum ist jetzt einer in O2? Äh, warte mal. Ja. Faru kam vorhin aus O2. Aha. Die Eingebungen sind geil. Ich bin da ein Lifeliger neben. Ja, aber du kamst. Du wirst in Indofarben. Kamst du aus O2, Faru. Was hast du jetzt? Terste, Terste, Terste. Ich war mit Jeff in Combs. Da bin ich dann rausgelaufen. Da kamst du aus O2. Terste, vertraust du mir? Äh, ganz ehrlich, nach der einen Runde letztens nö. Wo ich verkaufen würde. Achso, ich wollte sagen, mach round ja noch Faru, aber wenn du nicht willst, dann halt nicht. Ich mach das, kein Problem. Nein, feine Katze, warum machst du das? Junge, das ist aber auch wild, ne? Also ich wollte jetzt hier Jeff oder Flask, einen von den beiden. Ne, ich mach jetzt auch Flask Camouflage. Warum denn auf Flask? Warum denn auf Flask? Jetzt haben wir keine Anhaltspunkte mehr. Wir haben, wir haben. Da ist er. Oh mein Gott, Flask ist ja schon die Jester. Da ist er in der Camouflage. Flask versucht alle zu verarschen. Da ist er in der Camouflage. Er wäre wieder mit Flask Lawyer gewesen, ne? Was machen wir jetzt? Scheiße. Julie, bist du Leitz von links oder von rechts reingelaufen? Ja. Ich war wieder in O2 mit Faru, weil ich dachte, wir beide machen diese Tasks weiter. Moment, Faru, du bist oben raus. Wir haben drei noch mitgenommen, also drei Gäste haben wir noch mitgenommen, ne? Wir voten jetzt Desha, Jeff und Katze. Wir voten auf jeden Fall Malheuris. Machen wir jetzt einfach. Also, wir, ne, wir voten Malheuris. Ja, dann ist Malheuris halt, dann ist Malheuris jetzt safe. Aber wer fliegt dafür? Ja, aber wir voten Malheuris. Ich benenn mich gleich um. Was? Hör auf Julie. Nein, hört mal auf. Nein, was ist jetzt auf? Julie, der Grund, warum ich auf dich gewollt habe, ist, du kannst dein Vote nicht zurückbekommen. Das heißt, du musst schon ein Vote gemacht haben. Da wir nicht mehr absprechen konnten, auf wen war die Chance so, dass wir ausgleichen. Das ist klug. Ich weiß, danke schön. Ja, das Problem ist, wir haben hier drei, vier Leas im Chat. So, da blickt keiner mehr durch, weißt du, und deshalb habe ich das wieder geändert. Ist jetzt ernsthaft innerhalb von einer Stunde mein Abo abgelaufen? Jurakeck, danke für den Sub an Ivory. Ja, wir haben drei Gäste noch mitgenommen, ne? Als ob es seine Leistung gewesen wäre. Ist doch auch irgendwie. Wir haben quasi drei Gäste getriggert. Ja. Wir haben drei Gäste noch getriggert. Ja, das also in dem Modus hier ist halt einfach, es wird sehr, sehr einfach und schnell gegäst. Ja, das ist quasi der Gäste-Modus. Und jeder kann hier einmal gästen, ne? Man kann nur einmal gästen, aber jeder kann halt einmal gästen. Freunde, da kommt der Reaktor-Win. Ah, Vlesk steht da schon. Hildi, bis später. Stimmt, hallo, Kata. Komm, bitte töte ihn, wenn er deaktivieren will. Ja. Bitte. Ja! Ja, dann ist da der Schiefbild, Junge. Let's go! Ja, Terce. Jawoll! Was habt ihr da? Terce, freut dich nicht so früh. Bei mir hat das auch nicht gezählt. Ich hab auch gelesen. B. Du bist, Leute, ich hatte... Die Sabotage ist durch. Ja, klar. Ich hatte so Angst... Wer war denn noch Crewmate drin? Ja, Julie. Ich war noch Crewmate. Warum machst du die Sabotage? Die war... Ich war ein Poppist der Welt. Ich musste Simon Says machen. Und ich dachte, irgendwer wird da oben schon machen. Ich hatte so Angst gehabt. Der erste Call war so, okay, du musst ein Lawyer sein. Dann wollte ich... Ich wollte gerade Faro töten. Und dann kommt der... Ja, Faro hat ein Schild. Ich habe ein Schild gegeben. Ja, dann musste ich auf dich warten. Aber wusste ja nicht, dass du nicht vorbeikommst. Ja, ich war Simon Says. Ich wollte gerade eigentlich Faro auf Trapper machen. Faro war kein Trapper, ne? Ja. Nee, nee. Moment, Terste. Ich wollte Faro auf Trapper machen und habe gehofft, dass du einfach Malheuris wurdest. Falls ich mich in der letzten Sekunde vergesse, vielleicht Malheuris raus und du kannst da einfach finishen. Terste, sag mir jetzt nicht, dass du eine Sekunde vorher auf Reaktorsabotage gedrückt hast. Das war meins. Ich dachte, ich war das. Nee, habe ich nicht. Mir fehlt das Achievement auf. Nee, ich habe es auch nicht bekommen. Es ist ein Riesenscam. Wir machen... Ja, das geht wahrscheinlich nicht. Das gibt eine Anzeige. Also, ich habe mich so gefreut gerade. Ich bin gebrochen.